Hallo, ich bin Michele Cirillo, Produktionsfachmann von TechMed Italia für die Handy-Surgery-Linie. Ich darf Sie zur näheren Beschreibung der Aspirol, unserer mobilen Absauganlage, begrüßen. Wie Sie sehen, ist auch sie gänzlich aus Edestahl hergestellt, mit vier Reden zur Verschiebung, wobei der Verbindungsschlauch sowohl für das Wasser als auch für den Elektroanschluss vom oberen Teil der Maschine abgeht und im Inneren des Schranks, stets im oberen Teil, angeschlossen wird. Damit wird vermieden, dass der Schlauch stets am Boden ist, nun so vermeiden wir auch das Reiben und vor allem die übermäßige Verschmutzung des Schlauchs. Nun könnte wohl jemand fragen, wie es denn möglich sei, bei einer Verbindung, die oben beginnt und oben endet, das Spülbecken gut entleeren zu lassen. Bitte sehen Sie sich unser Video bis zum Ende an, dann haben Sie die Erklärung. Wie Sie sehen, ist unsere Aspirol mit zwei Absaugkanülen ausgestattet. Es handelt sich um zwei chirurgische Kanüle, die sowohl mit Katani-Kanülen als auch mit anderen auf dem Markt vorhandenen Modellen kompatibel sind. Die Anschlussstücke Technomed sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und können somit schnell zur Reigung und zur Hygienisierung sowie zur Sterilisation im Autoklaven entfernt werden. Wie wir sehen, kann man diesen Teil abmontieren und mit einem leichten Druck entfernen wir auch das Wasserventil. Jetzt setze ich den Teil wieder zusammen. Natürlich gilt dasselbe für die Kanüle von 17 als auch die Kanüle von 11 mm. Wie ersichtlich sind die Anschlussstücke in zwei ebenfalls autoklavierbare Halterungen eingefügt. Durch das Weg neben der O-Ringe, die zu ihrer Befestigung dienen, kann man sie entfernen. Wie schon erwähnt, können die beiden Halterungen sterilisiert und ruhig in einen Autoklaven hineingelegt werden. Jetzt setze ich das Ganze wieder zusammen. Wie Sie sehen, braucht es für diesen Vorgang nicht viel Zeit. Wir sehen auch, dass beide Kanüle in diesem gelben Filter zusammenlaufen. Dieser gelbe Filter ist herausziehbar. Intern befindet sich der Filter, der den eventuellen Schmutz Ihnen zurückhält. Ich kann ihn gut waschen und nachher wieder Ihnen einfügen. Wir haben absichtlich diese Taste für das Einschalten der Absaugung hier angebracht, um es Ihnen zu ermöglichen, die Kanüle auf ihre Halterung zu lassen. Den mit einem sterilisierbaren Gummischlauch gehen wir in den Mund des Patienten und ein Drücken hier startet die Absaugung. Was nicht gemacht werden kann, wenn ich gezwungenermaßen die Kanüle hochziehen muss. Auf der Aspirol ist keine Spritze vorgesehen, da Ihre Assistentin im chirurgischen Bereich schwerlich dieses Instrument benutzen wird. Um das Wasser im Spülbecken und in dem Becher laufen zu lassen, werden zwei Tasten gedrückt. Eine für das Wasser und eine für das Spülbecken. Sie sind am Kopfteil des Kanülenhalters angebracht. Wenn ich die eine oder andere Taste drücken lasse, wird das Wasser im Spülbecken laufen. Drücke ich die Taste des Bechers, wird das Wasser automatisch auch im Spülbecken laufen. In der Fabrik von drei bis fünf Minuten Zeit geregelt. Auf jeden Fall kann ich das Wasser im Spülbecken ausschließlich, wenn ich die Taste auf diese Seite drücke. Ich lasse also das Wasser im Spülbecken laufen oder stelle es ab. Und hier hingegen lasse ich das Wasser in dem Becher laufen. Sowohl der Wasserhahn des Spülbeckens als auch der Wasserhahn für den Becher sind komplett aus Stahl hergestellt. Sie sind herausziehbar für das Autoklavieren. Auch das Spülbecken kann abmontiert werden, damit es in einen Thermodesinfektor gestellt werden kann. Außerdem lässt sich das Spülbecken, wie bei den Sets mittleren, holen bereits um 880 Grad drehen. Auf diese Weise kann die Aspirol möglichst nahe an den Mund ihres Patienten gebracht werden, um zu spülen. Wenn wir den Wagen drehen, stellen wir fest, dass ein anderer Filter vorhanden ist. In diesem Fall handelt es sich um den Ausscheidungsfilter des Spülbeckens. Beim Abschrauben dieses Filters wird der Punkt zugänglich, wo sich die Amalgamareste oder Überbleibsel aller Behandlungen, die wir ausgeführt haben, ansammeln. Und der Patient hat ihn das Becken ausgespuckt. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass unser Aspirolwagen mit einem Ventil unter dem Spülbecken ausgestattet ist. Dieses Ventil lässt, sobald Wasser durchläuft, den Absaugmotor starten. Unser Aspirolwagen wurde für Schleifring, Nassläufermotor oder Saugmotor mit Schleifringen für Nasslauf geplant. Dies, weil das Einfügen eines Abscheiders unterhalb gemacht werden kann. Also entweder in der Nähe des Saugemotors oder hinter dem Schrank angebracht. Auf besonderen Wunsch, dass Sie die Option nicht in unserem Konfigurator vorfinden und uns anrufen müssten, ist es auch möglich, Ihren Abscheider im Inneren unseres Wagens einzufügen. Natürlich haben wir ein weiteres Hindernis. Das heißt, der Schlauch für den Wasserablauf wird in diesem Bereich hier untergebracht. Somit haben wir einen etwas tiefer liegenden Schlauch, womit Sie das vom Spülbecken her rührende Wasser und eben das abgeschiedene Wasser auslaufen lassen können. Es ist eventuell auch möglich, den Aspirolwagen mit einem Amalgam-Abscheider zu liefern. Doch gilt, was schon vorher erwähnt. Das heißt, wir haben stets diesen Schlauch im unteren Teil unseres Wagens. Sicher haben Sie bemerkt, dass in diesem Bereich diese beiden weißen Halterungen und eine Drucktaste vorhanden sind. Also, mit unserem Konfigurator ist es möglich, unter den verschiedenen Extras auch das SaniVac-System einzufügen. Mit dem SaniVac-System können Sie die ganze Leitung der Absaugung, Also, angefangen von Ihren Saugkanülen bis zum Abblasrohr reinigen und desinfizieren. Um dies aufzuführen, genügt es, die Kanülen einzuführen. Dann drücke ich diese Taste 15-20 Sekunden lang. Intern ist ein kleiner Behälter mit einer Desinfektionsmischung vorhanden, die von den Kanülen angesorgen und wonach die ganze Leitung der Absaugung ausgewaschen wird. Was die Instandhaltung unseres Aspiral-Wagens betrifft, genügen ein paar einfache Vorkehrungen, die Sie schon wie gewohnt jeden Abend auf Ihrem Standard-Set verrichten. Sehen wir dieses an. Natürlich muss jeden Abend der Sammelfilter der Absaugegräte gereinigt und sollen die vorhandenen O-Ringe geschmiert werden. Das selbe beginnt, wenn ich die beiden Absaugkanüle abmontiere, wonach ich stets die O-Ringe schmiere. Was die Reinigung des Auffangbehälters des Ventils unter den Spülwöcken betrifft, muss die Dichtung, die hier hinter vorhanden ist, geschmiert werden. Das selbe gilt für die auf dem Wasserhahn des Spülbeckens und auf dem Wasserhahn des Bechers vorhandenen O-Ringe. Also, wenn die Wasserhähne stellerisieren und nachdem sie in Tüten verpackt sind, sollen, bevor sie eingesetzt werden, die O-Ringe geschmiert werden. Wir sprachen auch von der Besonderheit unseres Aspirol-Wagens, die darin besteht, dass er im Inneren des Schranks untergebracht werden kann. Dafür müssen erst unsere Wasserhähne herausgezogen werden. Nach dem Herausziehen der Wasserhähne genügt es, unseren Wagen in seinen Schrank zu schieben, damit wird es möglich, unseren Behandlungsraum zu putzen und ihn für andere Spezialbereiche zu gebrauchen. Zum Beispiel, wenn ihr Morpheus-Behandlungsstuhl mit Beinhaltern ausgestattet ist, dann ist es für den Frauenarzt sicher nicht schön, einen Dentalwagen und einen Absaugwagen mit Speibecken in den Raum zu erblicken, in dem die gynäkologische Untersuchung erfolgt. Daher haben wir unsere Schränke so geplant, dass alles verborgen werden kann. Im Schrankinneren haben wir das Steuergerät unseres Saugmodus untergebracht. Dieses ist vollkommen identisch mit jenen, das wir bei MyCard gesehen haben. Werden unsere Schränke verwendet, ist wie gesagt das Steuergerät intern eingefügt, wo wir unseren Aspirol-Wagen anschließen. Hinter dem Schrank haben wir den Wasserzulauf für unseren Wagen vorbereitet, sowie auch die Stromversorgung, die Freigabe der Absaugung und den Schlauch, der von unserem Saugmotor kommt. Wie klar ersichtlich ist der Schrank links von Ihrem Behandlungsstuhl aufgestellt? Er kann aber ruhig auch hinten untergebraucht werden. Oder wir werden, je nach Ihren Bedürfnissen, die beste Lage abwägen. Wie Sie aus unserer Gebrauchsanweisung ersehen, können wir unsere gesamte chirurgische Produktlinie auch ohne Schränke liefern. In diesem Fall entwickeln unsere internen Mitarbeiter kostenlos einen Plan für Sie und wir beraten Sie, wenn Sie den chirurgischen Behandlungsraum auf die beste Weise einrichten. All dies, um Ihre Arbeit zu verbessern und Ihnen eine optimale Arbeitsperformance zu ermöglichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss von Michele Cirillo, Produktionsfachmann von Tech & Made Italia für die Handy-Surgery-Linie. Ich erwarte Sie zur nächsten Produktbeschreibung. Dankeschön! Vielen Dank!